Also ein großes, gutes Teil, vier große Runden hier für den Aufbau, den Wärmlauf Memorial Raid. Meine sehr glückliche Zeitnahme. Hat doch jemand, der den Ohrstöpfel drängt, dann bitte raus. Keine Ahnung. So, ich bin das okay hier. Der Lauf kann gestartet werden auf die vier große Runden der Wärmlauf. Auf die Bretse!